Hallo und herzlich willkommen zu unseren Weihnachtsklassikern im Aldi Südschek. Lamm ist ebenfalls eine beliebte Fleischsorte, die zur Weihnachtszeit gerne serviert wird. Genau deswegen bereiten wir heute gemeinsam Lammfilet zu. Weiß einer von Ihnen, wie man Lamm zubereitet? Nein, leider nicht. Wenn man weiß, wie es geht, ist es recht simpel, diesen Weihnachtsklassiker auf dem Teller zu zaubern. Weil das Fleisch so schnell fertig ist, fangen wir mit den Beilagen. Eigentlich genügen wenige Zutaten, um so ein schönes Lammfilet ordentlich abzurunden. Wir nehmen Feldsalat, Champignons und ein Kartoffelspeckdressing. Jetzt noch die richtige Garzeit und Temperatur, um das Filet perfekt anzubraten. Wie bereiten Sie Ihre Fleischgerichte zu? Nach Gefühl. Nach Augen was. Auch nach Gefühl. Sehr schön. Hat nicht lang gedauert und war doch kinderleicht. Probieren Sie doch mal. Oh, danke schön. Sehr gerne, danke schön. Oh, das ist aber lecker. Lecker, oder? Ja, super. Und das war ein weiterer Weihnachtsklassiker zum Aldi-Preis. Wir wünschen köstliche Weihnachten. Drobisen. Und das war ein può он those- Mann ist pre Не Eden. Heilig macht euch auch immer soo aggregiert. U.S. Schyτα Faith systems notwendig. Was da re didnariere die dog schonwed pea. Hatshfortable, Nick, ich weiß, was evaluations. Ich war ein tolles Ihr denn, weil immer so tolles DS am ein kniveschen. Ich habe es única und ethics. pick muchoوق moschdelete.